Ski Touring Ski Touring ist ein Ausdauersport und für mich Synonym von Freiheit. Man kann mit dem Skiern hingehen, wohin man will und braucht nicht so viel Material, nur gut dabei. Für die Neubeschichtung der Silikonhaftschicht verwenden wir das Silikon Adhesive 2 Components. Lege das Ski-Fell auf einem Tisch aus und fixiere die Enden. Die Ski-Wax-Reste kannst du mit einem Bügeleisen und einem saugfähigen Tuch abtupfen und den Schmutz mit einer Klinge abschaden. Vermische den 2-Komponenten-Lime ca. 30 Sekunden lang gründlich und trage diesen dann dünn mit einem Pinsel auf. Tipp! Bei schmaleren Fällen reicht die Hälfte der Dose und der Tube. Lasse die Neubeschichtung 8 Stunden trocknen. Danach kannst du das Ski-Fell Haftschicht auf Haftschicht zusammenlegen. Dick Kriterium Dach